Hallo, hallo, hallo. Guten Morgen. Es ist Samstag, der 6. August und das ist Tag 371 in meinem... Obwohl es heute Samstag ist, bin ich im Büro. Kann man ja mal machen, ne? Es gibt halt viel zu tun. Was soll ich machen? Arbeiten, ist klar. Aber dazwischen spiele ich immer mal ein paar Minuten Darts. Immer wenn ich an der Darts-Scheibe vorbeikomme, versuche die 180 zu werfen. Hier meine kläglichen Ergebnisse. Ich bin jetzt hier noch im Büro bis ungefähr halb vier und dann gehe ich Richtung Heimat und werde nochmal laufen gehen und das geht jetzt los. Das war's. Also ein Beschreibung von. nun nach einer stunde und knapp zehn minuten habe ich gleich mein ziel erreicht habe noch zirka fünf minuten vor mir habe ich 75 minuten heute jogging betrieben das ist doch mal was oder dann reicht es auch für heute ein bisschen darts gespielt mehr schlechter als recht aber dafür ordentlich gejoggt und jetzt mache ich mich heimwärts und erst irgendwas vernünftiges bald ist die urlaubszeit darauf muss ich mich vorbereiten muss ich schon laufen 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 damit ich im urlaub auch laufen kann so ist jedenfalls der plan ich sage cheerio mit sophie morgen geht es weiter morgen ist sonntag und morgen muss mal gucken wo ich das einbinden kann aber es wird schon irgendwie